So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich muss mich etwas korrigieren, ja, die ganze Zeit habe ich gesagt, der Hyper-Bonus Teil 1 läuft bis Dienstag, das heißt, wir haben also bis Dienstag noch die Möglichkeit, Dialga zu raiden, als Shiny und Hunderter-Suche meinerseits aus, ähm, Palkia kommt aber erst ab Freitag, dazwischen, was ist dazwischen, ich habe keine Ahnung, was machen die schon wieder für Faxen, das Ding ist aber, der Ultra-Bonus, also der Hyper-Bonus Teil 1 endet zwar nächste Woche Dienstag, aber halt nur die Boni, der Raid-Boss, Dialga ist trotzdem noch bis zum Freitag 10 Uhr in den Raids, halt ohne Bonus drumherum, ohne diese Event-Spawns und wird dann am Freitag nächste Woche, am 6. August von Palkia abgelöst, 10 Uhr Eier, 11 Uhr Raids, gleichzeitig ab 10 Uhr auch Ultra-Bonus oder Hyper-Bonus Teil 2, damit wir das alle jetzt richtig haben, ne, ist schon wieder Verwirrung in den Gruppen, wie ich sehe, schreibt euch das auf, Dialga bis 6. August 10 Uhr, Palkia ab 6. August 10 Uhr, Hyper-Bonus, endet aber am Dienstag und der zweite Hyper-Bonus fängt am Freitag zusammen mit Palkia an. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache mal fix noch ein Video, es dürfte schon wieder allen bekannt sein, ich habe das komplett vergessen, weil Isbo und Hannes ja da waren, aber es wurde ja auch für Teil 2 vom Hyper-Bonus einiges angekündigt und nicht nur das, denn mittlerweile sind auch der Forschungsdurchbruch für August bekannt, die weiteren Raids, die Spotlight-Stunden, alles für August ist bekannt, geworden ist angesagt worden, wir haben uns damit noch nicht beschäftigt, ich mache da immer gerne ein Video darüber, um meine Meinung darüber zu sagen und eure Meinung einzuholen. Ich freue mich immer, wenn ihr sagt, auf was ihr euch im nächsten Monat besonders freut. Jetzt habe ich hier einen Artikel, Go-Raid-Bosse, Forschungsdurchbrüche und Co. im August, als allererstes steht hier oben nämlich der neue Feldforschungsdurchbruch. Forschungsdurchbruch, momentan ist das noch, ich weiß gar nicht, was momentan drin ist, irgendwie habe ich das komplett vergessen. Irgendwas ist momentan drin. Entweder habe ich schon so lange keinen mehr abgeholt oder ich habe keine Ahnung. Es ist ohne Spaß, ich weiß gerade wirklich nicht, was momentan im Juli drin war. Ich habe es immer abgeholt, aber ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall kommt am 1. August 22 Uhr dann Palimpalim in den Feldforschungsdurchbruch. Ist jetzt natürlich kein legendäres Pokémon, worauf viele immer warten. Ist halt Palimpalim. Palimpalim gab es am Go-Fest überall an jeder Ecke. Vermehrt. Palimpalim wurde als Shiny eingeführt. Wer da keinen Shiny bekommen hat, hat jetzt also dann noch viermal die Möglichkeit, einen Shiny zu bekommen. Eins mit gutem IV zu bekommen. Und Palimpalim ist ein Pokémon, was ordentlich Staub gibt. Schreibt mal rein, was im Juli jetzt im Feldforschungsdurchbruch war. Ironimatz? Nein. Loturzel? Nein. Irgendwas aus der GBL, glaube ich. Ich habe... Geronimatz könnte es sein, oder? War es Geronimatz? Ich glaube, es war Geronimatz. Auf jeden Fall wird Geronimatz abgelöst durch Palimpalim. Ein Pokémon, was nicht rein GBL-technisch da war, am Go-Fest überall gespawnt ist, was ich persönlich nicht mehr brauche. Also Feldforschungsdurchbruch kann man machen, finde ich aber jetzt nicht so interessant. Dann gibt es wieder 6.000 statt 3.000 Erfahrungspunkte. Den wöchentlichen Fanrate-Pass erhält man im August nicht mehr für Forschungsdurchbrüche, sondern wieder in jeweils einer Box, die immer am Montag erscheint. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Die Leute waren nämlich so verwöhnt, die wussten, dass immer am Montag 20 Uhr eine Box erschien im Shop für einen Coin. Und da war ein Fanrate-Pass drin für einen Coin. Jetzt wurde die Box rausgenommen, ihr habt also viermal eine bekommen im Monat. Und diesen kostenlosen Fanrate-Pass gab es dann im Feldforschungsdurchbruch, fand ich persönlich besser. Da man dann eben was dafür tun muss, man musste eben jeden Tag sein Stempelchen abholen, sprich eine Aufgabe lösen. Ich finde es sowieso gut, wenn man wenigstens einmal am Tag reingeht, einen Pokémon fängt, einen Stop dreht, vielleicht doch den Raid-Pass wegmacht, den Freien, wenn man den hat, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und wenn man da aktiv ist, dass man dann auch einen kostenlosen Fanrate-Pass einmal pro Woche kriegt. Fand ich eine feine Sache, besser als wenn der da immer im Shop reingestellt wird. Man vergisst den abzuholen, die Box einzulösen, irgendwas und man braucht einen Coin. Wer keine Arena hat, der hatte dann nicht die Möglichkeit, diesen einen Coin auszugeben und diese Box zu holen. Aber jetzt, wichtig im August, kriegt ihr das wieder am Montag aus einer Box. An die Stufe 5 Raid-Bosse im Juli. Das war ja sehr interessant, das war ja schon angekündigt. Also Dialga ist jetzt noch drin, bis zum 6.8. steht auch hier nochmal da, auch in seiner Shiny-Form verfügbar. Vom 6.8. bis 20.8. gibt es dann Palkia. Dialga, Palkia kennt man, gehen Hand in Hand, auch in seiner Shiny-Form. Sieht man hier das Normale, hier sieht man das Shiny, ist irgendwie so ein bisschen rosa angehaucht. Okay, Dialga hat mir irgendwie aber besser gefallen, da fand ich den Unterschied krasser. Ich finde auch generell Dialga als Pokémon irgendwie interessanter, deswegen bin ich immer noch dran, davon einen Hunderter zu bekommen. Ob ich bei Palkia dann auch so viel mache wie bei Dialga, weiß ich noch nicht. Ab dem 20.8. 10 Uhr, unbekannt, man weiß es noch nicht. Das ist also super, dass sie diesen Event-Kalender veröffentlichen und trotzdem überall nur Lücken drin sind. Also wir wissen noch nicht, was am 20.8. erscheint. Müsste ja dann Hyper-Bonus Teil 3 sein. Alle spekulieren, alle sagen, ja wenn das Dialga, Palkia ist, müsste ja Giratina dann noch dazukommen, aber Giratina hat ja auch zwei Formen. Und im Gegensatz zu Dialga, Palkia gab es Giratina schon beide Formen als Shiny, während Dialga und Palkia jetzt als Shinies eingeführt wurden. Also das wäre für Teil 3 des Hyper-Bonuses eigentlich gar nicht so krass. Das waren zwei neue Sachen durch die Shiny-Einführung. Aber Giratina gibt es ja schon als Shiny, als Teil 3 des Hyper-Bonus wäre das ein bisschen schwach, finde ich. Mega-Rates können wir uns auch angucken. Nehmt wieder euer Handy, geht in euren Kalender und schreibt euch das auf, wann was wechselt. Bis 6.8. ist noch Mega-Glurak-X drinne. Wie ich sehe, ist das Interesse an Mega-Glurak-X sehr gering. Deshalb wird es abgelöst am 6.8. bis 20.8. von Mega-Ampharos. Und ich glaube Mega-Ampharos braucht halt wirklich niemand. Wenn aber schon keiner Mega-Ampharos braucht, gut ein paar werden noch Energie brauchen, um es wenigstens einmal zu entwickeln, weil eben keiner Bock hatte, das zu raiden und deswegen dennoch Energie fehlt. Trotzdem wird am 20.8. Mega-Ampharos abgelöst bis zum 26.8. von Mega-Bibor. Mega-Bibor. War Mega-Bibor überhaupt schon mal in den Mega-Raids? War es nicht so, dass man damals Quests hatte und eine Forschung und hat Mega-Bibor Energie bekommen und konnte das dann entwickeln und alle anderen Mega-Bosse kamen dann in Mega-Raids? Vielleicht rede ich schon wieder Mist, ich weiß es nicht, aber ich glaube Mega-Bibor hat man bisher durch Energie aus den Aufgaben entwickelt und war noch nicht in Raids. Oder habt ihr schon mal Mega-Bibor-Raids gemacht und werdet ihr Mega-Bibor-Raids machen? Glaube ich eigentlich auch nicht. Immer wenn ich in meinen Beutel gucke, habe ich 2000 Mega-Energien von Bibor. Ich entwickle das immer, ich entwickle das, ich entwickle das, komplett sinnlos entwickle ich das nur, dass die Mega-Energie verbraucht wird bis 1.5. Wenn ich eine Woche später reingucke, habe ich wieder 2000 Mega-Energie von Bibor. Ich werde die nicht los. Warum also Mega-Bibor-Raids machen? Ist für mich komplett sinnlos. 26.8. bis 1.9. Also genau bis zum Monatsanfang kommt dann noch Mega-Tau-Boss in die Raids. Ist nichts Neues. Brauche ich auch nicht. Wer dann Shiny vielleicht haben will von Tau-Boss, könnte sich da dran versuchen. Ansonsten ist das glaube ich auch kein heftiger Raid-Boss, den man unbedingt braucht. Habt ihr schon eins entwickelt, schreibt es mal rein. Also die Mega-Pokémon auch in diesem Monat leider dann nichts Neues. Mega-Mega-Stolos leider immer noch nicht am Start, obwohl das schon so lange gefunden wurde. Hätte ich mich trotzdem drauf gefreut. Raid-Stunden steht hier dabei. Gibt es auch eine kleine Korrektur. Da ich ja gesagt habe, dass das Dialga am Dienstag geht mit dem Hyper-Bonus. Gibt es also Mittwoch keine Raid-Stunde dafür. Aber der Hyper-Bonus geht ja alleine. Dialga bleibt bis Freitag. Das heißt, wir kriegen also noch eine zweite Raid-Stunde mit Dialga. Gestern war die erste. Gab es drei Shinies für mich. Einen 98er gab es auch dazu. Glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall nächste Woche nochmal die Chance in der Raid-Mania, in der Raid-Stunde. Ich hoffe, diesmal wird es besser als gestern. Da haben so viele Leute eingeladen, die einfach ganz alleine frustriert zu Hause saßen und niemanden hatten. Und laden mich ein und wir sind dann zu zweit frustriert. Das bringt nichts. Nutzt lieber die Raid-Gruppe oder Raids für Zuschauer, was wir regelmäßig abhalten an den Wochenenden. Wenn euch der Pokédex-Eintrag fehlt oder ihr das Pokémon noch braucht, nutzt das. Aber sabotiert nicht dieses Format. Das ist mein Lieblingsformat. Ärgert mich bitte nicht damit. Also jeden Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr eine Raid-Stunde. Und zusätzlich gibt es am 30.08. zwischen 18 und 19 Uhr eine zusätzliche Raid-Stunde. Jetzt gucken wir nochmal hier hoch. Auch Palkia bleibt bis zum 20.08. Ab 20. kommt dieser unbekannte Raid-Boss. Das heißt, der unbekannte Raid-Boss bekommt am Montag eine Raid-Stunde am 30.08. Sehr interessant. Das heißt, da gibt es Monarch-Raids für Zuschauer. Ach, Monarch-Raid-Mania. Und nach der Raid-Mania dann Chill mit Ramses. Ist nicht das erste Mal, gab es auch schon. Bin ich mal gespannt. Aber wenn das wirklich Giratina wäre, dann... Weiß ich nicht. Na gut, XL-Bomben für Giratina nimmt man auch gerne mit. Also eigentlich ist es egal, was es ist. Wir machen eh die Raid-Mania. Selbst wenn sie jetzt... Wenn sie Mega-Bi-Boss in die Raid-Stunde packen würden, dann müssten wir das auch machen. Dann lädt wenigstens keiner ein. Rampenlicht-Stunden. Das nächste große Thema. 3. August. Magnetilo. Doppelter Fangstaub. Ich glaube, jetzt schon die beste Runde. Äh, die beste Rampenlicht-Stunde. Magnetilo. Cooles Pokémon. Gen-1-Pokémon. Sehr geniales Shiny. Sehr starkes Pokémon. Wenn ihr da ein Magnetzone entwickelt. Das ist einfach ein richtig heftiger Elektroangreifer. Und Doppel-Fangstaub. Das heißt, alles Positive, was man je erwähnen kann, vereint sich in der Magnetilo-Spotlight-Stunde. Dann habt ihr am 10. August Schale-Loss. Östliches Meer. Mit Doppel-Fang-EP. Wer das noch nicht hat, nehmt es halt mit. Entwickelt es einmal. Aber gibt es nicht als Shiny. Ist eher uninteressant. 17. August. Schale-Loss. Westliches Meer. Doppel-Fang-Bom-Boms. Da könnte man eine Meltan-Box zünden. Wer es noch nicht hat, nehmt es mit. Entwickelt es einmal. Gibt es nicht als Shiny. 24. August. Ein Überraschungs-Pokémon mit Doppel-Ferschick-Bom-Boms. Das ist wieder was für ein Is-Wo, dass der alles verschicken kann. Kann man aber noch nichts dazu sagen. 31. August. Überraschungs-Pokémon. Doppel-Entwicklungs-EP. Entwickelt habe ich schon ewig nicht mehr. Pokémon ist auch nicht da. Also, wenn ich die Wahl habe. Magnetilo oder zweimal Schale-Loss. Schale-Loss. Magnetilo. Mein Favorit. Wenn ihr einen anderen Favorit habt, schreibt es rein. Weitere Events stehen auch noch hier dabei. 14. August. 15. August. Der Community-Day mit Evoli. Dazu werde ich aber nochmal ein extra Video machen und mich da nochmal auskotzen. Bis 3. August. Eben der Hyper-Bonus Teil 1. 6. bis 17. August. Hyper-Bonus Teil 2. Merkt euch das? 26. August. Go Kampfabend. Da gibt es bestimmt wieder heftige Sachen. Aber ich bin ja nicht so ein GBL-Zocker. Ich frustriere da immer. Deswegen mache ich da nicht so viel. Gleichzeitig. Wenn wir schon beim Hyper-Bonus sind. Teil 2. Wir haben ja jetzt nur im Prinzip die Fünfer und die Megas. Aber es gibt ja noch mehr. Denn im Hyper-Bonus Teil 2. Wo es Shiny Palkia gibt, gibt es auch Shiny Skaraborn. Und das finde ich besonders interessant. Steht nochmal alles hier dabei. 6. August. 10 Uhr. Bis Dienstag. 17. August. 20 Uhr. Palkia in Raids als Shiny. In Stufe 3 Raids. Warten Simsalah. Wer es braucht. Kangama und Skaraborn. Weltweit. Nicht Skaraborn in seiner Region, sondern weltweit. Skaraborn ist erstmals als Shiny auffindbar. Und da sehe ich jetzt schon Kandidaten für Raids für Zuschauer in der Woche. Wochenende Palkia Raids. Und in der Woche, vielleicht am Dienstag und am Donnerstag, Kangama und Skaraborn Raids. Gucken wir mal, ob der Thomas da kann. Dass wir wieder 2 anbieten. Viele haben bestimmt noch keinen Kangama. Kangama gibt es auch als Shiny. Wer das nicht weiß, denkt nicht. Es gibt nur Skaraborn als Shiny. Kangama ist Gen 1. Es wurde als Shiny eingeführt. Also wer noch gar kein Kangama hat. Oder wer noch ein Shiny Kangama braucht. Wir bieten euch Raids für Zuschauer mit Kangama. Und wir bieten euch Raids für Zuschauer mit Skaraborn. Wer noch kein Skaraborn hat. Oder wer das Shiny braucht. Irgendwann muss es ja dann auch Mega-Skaraborn geben. Würde also reichen, wenn man irgendwann Mega-Skaraborn-Raids macht. Aber die Leute haben ja immer keine Geduld. Kangama übrigens dasselbe. Kangama hat ja auch eine Mega-Entwicklung. Wer also keine Geduld hat, kann jetzt schon mal auf Shiny-Suche gehen. Kann jetzt schon mal Bonbons farmen. XL farmen. IV suchen. Gute. Darauf freue ich mich besonders. Das wird auf jeden Fall ein heftiges Raid-Fest. Kangama, Skaraborn, Palkia. Da werden die Leute wieder durchdrehen. In Stufe 1 Raids findet man weiterhin Icognito U. Was es jetzt die ganze Zeit schon gab. Aber das machen wir heute Abend. Ich glaube, das werden wir dann nicht nochmal machen. Weil Kangama-Skaraborn dann interessanter ist. Beide Schalellos-Formen gibt es dann in Raids. Obwohl die auch Spotlight-Stunden bekommen. Pygraulon und Psiao. Psiao auch schon ewig da gewesen. Braucht man eigentlich auch nicht großartig. Pygraulon könnte man vielleicht. Wer da die Entwicklung noch braucht, was machen. Aber das einzig Interessante sehe ich jetzt wirklich hier. Kangama, Skaraborn als nicht-legendäre Raids. Als wilde Pokémon trifft man auf Pipi, Somniam. Beide Barschuft-Formen. Sind ja auch kontinental. Gibt es das rote und das blaue. Pygraulon, Phunifras, Vermikula und weitere Pokémon. Braucht man also eigentlich auch keine Pygraulon-Raids, wenn die wild erscheinen. Phunifras, Vermikula auch als Shinies weiterhin. Pipi, Shiny, Somniam nicht Shiny, Barschuft nicht Shiny, Somniam gab es auch in die Wände. Da saß das überall. Also die Spawns an sich sind jetzt eigentlich nicht so krass. Da fand ich die Spawns jetzt im Teil 1 besser. Mit Schildarus und Koknodon. Weil die beide wild als Shiny auch anzutreffen waren. Teil 2 müsst ihr halt Skaraborn-Raids machen, wenn ihr ein neues Shiny haben wollt. Und Palkia-Raids machen, wenn ihr ein neues Shiny haben wollt. Aus 7km-Eiern schlüpfen beide Schalellos-Formen, beide Barschuft-Formen, sowie Phunifras und Vermikula. Das heißt für mich, keine 7km-Eier brüden. Braucht man nicht. Weg damit. Befristete Forschung gibt es noch dazu. Außerdem gibt es passende Feldforschungen. Ja, wie immer halt. Was ich komplett verwirrend finde, das waren nämlich eigentlich jetzt alle News zum August und zu Teil 2. Aber was ich komplett verwirrend finde, wenn ich jetzt mal hier auf diesen Artikel gehe, wo das auch schön aufgegliedert ist. Hier Palim Palim, Feldforschungsdurchbruch. Dann die Box, die es dann wieder am Montag gibt. Team Go Rocket bleibt unverändert. Es gibt momentan Ho-Oh. Es gibt im August auch weiterhin Ho-Oh. Wird bis 1. September noch Ho-Oh bleiben. Wer das noch nicht abgeschlossen hat. Aber hier diese Grafik zum Beispiel finde ich voll verwirrend. Raid-Bosse. Bis 6. August. Dialga. Okay. Und hier, da steht Raid-Boss ist Dialga. Und da steht 23. Juli bis 6. August. Mhm. 6. August bis 20. Ach ne, wahrscheinlich habe ich vorhin irgendwas Falsches gelesen. Hä? Ach, Raid-Stunden war das. Raid-Stunden. Das passt. Bis 6. August. Dialga. Ab 6. August. Palkia. Dann ab 20. August. Komisch. Kennt man nicht. Hier habt ihr 6. 20. 26. 1. Habt ihr die Megas. Alles schön mit Bild. Kennen wir. Aber Raid-Stunden. Was ist das? Hier steht Raid-Boss. Dialga. 7. Juli. Palkia. 14. Juli. Nochmal Palkia. 21. Juli. Wird noch angekündigt. 28. Juli. Alles klar. Und hier wird noch angekündigt. Kein Datum. Nichts. Stehe ich nicht. Jetzt müsste doch wenigstens eine Raid-Stunde 30. August hier stehen. Hier steht überall Juli. Sie haben sich bestimmt nur verschrieben. Das soll alles August sein. 7. August. Aber 7. August kann doch auch nicht sein. Weil ich denke der Raid-Boss wechselt am 6. August. Am Freitag. Dann wäre der 7. August ja ein Donnerstag. Am Donnerstag ist doch keine Raid-Stunde mit Dialga. Die ist doch dann am Mittwoch. Das wäre dann... Das wäre dann der 4. August. Und hier steht 7. Juli. Also selbst wenn man statt August Juli schreibt, passt doch die 7 nicht. Und hier 14. 21. Und hier 28. Was ist denn mit dem 30. August? Der 30. August ist der 28. Juli. Also Go Games, da habt ihr mir auf jeden Fall ein bisschen hier, da kam ich gar nicht mit klar. Hier seht ihr nochmal die Rampenlichtstunden, hier seht ihr die anderen Sachen dabei. Wir gucken uns das am besten gar nicht an. Guckt nicht auf die Grafik, verlasst euch hier drauf. Hier sind nicht so viele schöne Bilder da. Aber da leuchtet es eigentlich ein zu dem, was da steht, dass das dann so passt, wie es halt wirklich da steht. So, sorry für das ausführliche, lange Video. Wir haben jetzt alles beleuchtet. Ich sage es immer wieder dazu. Nehmt euer Handy, geht auf euren Kalender, schreibt euch das da rein. Ich mache das auch immer. Dienstag schreibe ich mir dann immer SL Magnetilo zweimal Staub. Und wenn jemand fragt, was ist eigentlich heute? Dann gucke ich hier drauf und sage Spotlight-Stunde Magnetilo mit Doppelstaub. Nächste Woche ist dann Shalellos, danach ist Shalellos. Zack, dann weiß ich, wann die Mega-Raids wechseln. Ich weiß, wann die Fünfer-Raids wechseln. Ihr könnt sowas hier einmal das Video gucken und alle News euch ins Handy reintippen. Ist mein Tipp an euch, so mache ich es immer. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal eure Gedanken dazu rein. Auf was freut ihr euch besonders? Werdet ihr Palkia raiden? Stimmt. Werdet ihr Scaraborn raiden? Bestimmt. Und werdet ihr Kangama raiden? Oder habt ihr schon einen Kangama? Gab es ja bisher als Shiny schon. Konnte man auch ausbrüten. Wer schon eins hat, schreibt es mal rein. Wer nicht, schreibt es auch rein. Also, peace out. Vorhaut. Euer Ramses.